Nachdem wir uns schon einen Überblick verschafft haben über das KSA und unseren eigenen Account jetzt angelegt haben, werden wir uns in diesem Video mit der Frage beschäftigen, was finde ich denn unter Software und Support denn eigentlich im Detail? Und genau das werden wir uns jetzt anschauen. Und damit wir uns das Ganze anschauen können, dürfen wir natürlich auch wieder auf die Homepage vom KSA und locken uns mit unseren Zugangsdaten ein, die wir ja jetzt bekommen haben. So sieht die Startseite aus. Ihr merkt, es ist kein Unterschied im Vergleich zum Account, den ich euch im ersten Teil gezeigt habe. Also ihr merkt, das ist alles Standard. Und wir legen jetzt los unter Software und Support. Und das Erste, was uns begegnet, ist hier Applika Desktop. Da klicken wir mal drauf. Zu Applika werden wir in einem der nächsten Videos kommen. Was das genau ist? Applika ist unsere App, mit der wir auf bestimmten Reglern arbeiten können. Was für Regler sind das? Das sind zum Beispiel Regler der neuen Generation, wie der neue Microchiller, aber auch MPX One und viele andere, die jetzt auch noch kommen werden. Das bedeutet, wir werden die Software selber im Detail uns dann anschauen, wenn wir bei den Reglern sind. Aber das, was ihr hier schon seht, ist ein kleiner Überblick. Also Setup, was kann ich damit als Anfang? Dokumentation zu diesem, zu Applika. Da liegt hier im Moment noch nichts drin. Also können wir da wieder zurückgehen. Jetzt kommen wir zu dem Part, der für die meisten von euch am interessantesten ist. Die spannendsten Parts für euch dürften Konfiguration und Updating Software sein. Das ist dieser freundliche Part. Und EXV-Systemer. Das sind die am meisten frequentierten zwei Kacheln oder Ordner. Starten wir mal in Konfiguration-Updating-Software hinein. Das, was wir hier sehen, sind einmal hier oben diese Reiter. Einmal Pico-Systemer, also für unsere programmierbaren Regler. Dann haben wir hier die Parametric Controller Software. Schwere Wörter. Humiset, FAQ, da werden wir auch nochmal einen Schwerpunkt drauflegen. Und Befeuchtung, also Humidification. Pico-Systemer, ihr seht, hier haben wir den Pico-Manager. PGD Touch, da haben wir die Software dafür. Winload, Smart Key Programmer. Diese Parts werden dann bearbeitet, wenn wir uns genau diesen Picos mal nähern und da mal drauf schauen. Dann wird es dazu nochmal spezielle Videos geben. Ich möchte jetzt erstmal den Fokus auf den Bereich Parametrierbare Controller legen, weil da kriegen wir tatsächlich mitunter die meisten Fragen zu. Und klicken jetzt hier oben auf Parametric Controller Software. Und dann sehen wir relativ viel. Was für viele am spannendsten ist, neben KR, K-Water, das sind ja relativ neue Regler, ist MPX Pro. Da könnten wir die Frage stellen, was finden wir da drin? Gucken wir auch gleich mal nach. P-Chrono, P-Rack und ganz, 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 ganz wichtig, hier unten Visual Parameter Manager, also der sogenannte VPM. Den VPM werden wir auch noch in verschiedenen anderen Bereichen sehen. Da werden wir vor allen Dingen näher drauf eingehen und auch mit dem VPM arbeiten, wenn wir mit dem MPX Pro arbeiten, wenn wir mit dem EVD Evolution arbeiten, also unseren Expansionsventiltreiber, und wenn wir zum Beispiel mit dem IR33 oder PG-Easy arbeiten, dann werden wir da mal reinschauen, weil wir benötigen diesen VPM, um zum Beispiel Parameter auf diesen Regler draufzuspielen oder Firmwareaktualisierungen zu machen. Dafür benötigen wir den und den finden wir hier. Zusätzlich Ultraseller, dort finden wir auch die Firmware, also Softwareaktualisierungen für den Ultraseller. Wir gucken da mal kurz hinein, dass ihr das schon mal gesehen habt. Ihr seht die Software-Releases, was es alles mit diesen Software-Releases im Detail auf sich hat und wie die überhaupt auf den Ultraseller kommen, das werden wir in dieser Videoreihe zum Ultraseller uns angucken. Dann bin ich mal so frei und ihr seht hier auf der linken Seite haben wir die Navigation vom übergeordneten Ordner. Da schauen wir noch mal ganz kurz in den MPX Pro rein. Auch den werden wir uns im Detail dann anschauen, wenn wir den MPX Pro bearbeiten und so Sachen machen wie Firmware-Update auf dem MPX Pro mit dem VPM zusammen. Ihr seht, hier sind die Firmware-Releases, ihr seht hier auch Gas Custom Manager. Das bedeutet, wenn ihr ein Gas, ein Kältemittel auf den MPX Pro draufpacken wollt, was noch nicht in der Firmware-Release drin ist, könntet ihr hier die Daten finden, die Tabellen mit den entsprechenden Stoffdaten, um den VPM von Hand zu programmieren. Ich sage es euch gleich, es ist nicht schön, es macht nicht Spaß, aber es funktioniert. Jetzt springen wir zu einem Part, den ich ganz besonders hervorheben möchte. Weil dieser Bereich geht gerne unter oder wird nicht so richtig beachtet. Die FAQs, also die Fragen und Antworten zu bestimmten Produkten. Und dort finden wir zum Beispiel für C-Pico vielgestellte Fragen. C-Pico sind freiprogrammierbare Regler. Auch zu Karel Standard Applications Software. EVDs, elektronische Ventildriver, also Treiber. Da gucken wir mal ganz kurz hinein. Und ihr seht, hier haben wir eine wunderschöne PDF-Datei mit vielen Fragen und Antworten, mit den gängigsten Fragen und Antworten. Also wenn ihr mal ein Thema zum Beispiel mit dem EVD habt oder mit einem EVD habt, es lohnt sich dort hineinzuschauen. Dort werdet ihr ganz schnell viele Fragen und Antworten finden. Ja, und dann Befeuchtung. Haben wir auch noch einiges mit am Start für euch. Dort findet ihr zu den verschiedenen Geräten noch Informationen für unser Befeuchter. Also wenn ihr da mal ein Anliegen habt, könnt ihr auch gerne dort hineinschauen. Und schon haben wir den Bereich Konfigurations- und Updating-Software schon abgedeckt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also jeder parametrierbare Regler ist dort erst einmal mit abgedeckt. Es gibt eine Ausnahme. Da schauen wir dann aber gleich nochmal drauf. Jetzt Connectivity. Schauen wir mal hinein, was sich dort verbirgt. Und hier seht ihr ganz, ganz viel ringsherum um die klassischen Kommunikationsprotokolle. So möchte ich es mal definieren. Auch wenn ein USB-RS485-Treiber kein Protokoll ist, aber dahinter verbirgt sich auch etwas in dieser Richtung. Ihr findet hier Informationen zu KNX, Gebäudeautomatisation zum Beispiel. Da haben wir ja das KNX ja sehr, sehr weit verbreitet. Modbus ist eins der im weitesten verbreiteten Protokolle, mit denen wir auch extrem viel arbeiten. Wenn wir dort draufklicken, findet ihr hier für den PICO zum Beispiel Modbus-Protokoll. Wir können auch einfach mal in den Bereich, ja komm, gehen wir hier oben, Gateway Modbus mal reinschauen, was sich dort drinter verbirgt. Also wenn ihr mal eine Frage zu den ganzen Verbindungsthemen und Protokollen habt, das findet ihr hier in diesem Bereich. Und hier hinten sind die FAQs dazu versteckt. Okay. Und schon haben wir diesen Bereich abgedeckt und wir gehen mal weiter zu unseren DC-Inverter. Falls ihr da mal Informationen benötigt, findet ihr hier alles, was dazu gehört. Ob es die 3D-Zeichnungen sind oder ein EMC-Guide, also zum Thema Elektromagnetismus, findet ihr auch hier drin. Broschüren, Leaflets, alles ringsherum um den guten Freunden. Die DC-Inverter findet ihr hier. Für DC-Kompressoren findet ihr hier weitere Informationen. Lüfter, AC-Inverter, AC-Inverter, also die Standard-Inverter, die findet ihr hier. Auch da alles, was das Herz begehrt. Und das war's schon zu diesem Part. Jetzt der Part, den ich wieder highlighten möchte. EXV-Systemer. Wenn ihr auf diese Kachel draufklickt, landet ihr auf dieser Übersicht. Und das Erste, was ihr seht, ist hier das CPQ. Das CPQ haben wir bereits in einer anderen Videoserie schon genau vorgestellt. Für euch nochmal ganz kurz zur Übersicht. Das CPQ ist das neue Tool, um Karel-Ventile auszulegen und auch gleichzeitig auszuwählen. Also die Leistung zu berechnen oder die Größe zu berechnen und dann auch den richtigen Ventiltypen auszuwählen. Das könnt ihr mit dem CPQ machen. Das CPQ hat unser altes EXV-Lab ersetzt. Das EXV-Lab gibt es nicht mehr. Dafür ersetzt das CPQ da. Wer mehr darüber wissen möchte, findet auf unserem YouTube-Kanal dann auch ein entsprechendes Video beziehungsweise eine komplette Serie zum CPQ, wo wir auch alles Stück für Stück uns anschauen. Einen Link zum CPQ findet ihr dann auch hier. Also entweder ihr klickt hier oben mit drauf, da kommt ihr zum CPQ. Das können wir jetzt gleich mal machen, spaßeshalber. So sieht das Ganze aus. Informationen zum CPQ, wenn es dann Dokumente gibt in Zukunft, weil es brandneu, werdet ihr hier finden. Und wenn wir jetzt hier oben auf diesen Bereich EVD gehen, Electronic Valve Driver, findet ihr hier alle wichtigen Informationen dieses Herzbegehren. Was findet ihr hier? Ihr habt zum Beispiel für die EVDs, wir gehen mal auf den EVD-Evo, also EVD-Evolution. Dort finden wir auch wieder die Custom Refrigerations, also Custom Kältemittel, falls ihr mal von Hand etwas einprogrammieren müsst. Das heißt, ihr findet hier das entsprechende Update für den VPN-Manager. Das werden wir uns nochmal im Detail angucken, wenn wir uns den EVD-Update-Prozess angucken mit dem VPN zusammen. Dann findet ihr hier, schauen wir mal hinein, das Upgrade für den VPN, damit der VPN auch gut mit dem EVD arbeiten kann, mit den neuen Firmware-Releases. Gehen wir wieder ein bisschen höher. Hier drin verbirgt sich die Firmware für den EVD. Also für den EVD, für euch nochmal zur Information, wir haben da zwei Parts, einmal den EVD und einmal das Display. Und hier ist die Firmware nur für den EVD, für die zwei Versionen drauf. Einmal nur Carell-Ventile und dann auch für die Multi. Für alle Ventile. Hier seht ihr EVD-User-Interface. Das ist genau das, was ich eben schon meinte. Wir haben zwei Teile beim EVD, manchmal einmal den EVD selber und einmal das Display. Und hier hätten wir für das Display das Firmware-Update. Es ist wichtig, dass wir beides zusammen updaten, damit die auch gut miteinander funktionieren. Ja, das finden wir alles hier unter EVD, beziehungsweise EXV-Systemer. Nochmal kurz zusammengefasst für das EXV-Systemer. Wir finden dort unser CPQ, also die Ventilauslegung, Auswahl und Auslegung. Und für die Treiber finden wir dort alles. Nicht nur für den EVD Evolution, sondern auch für die anderen Treiber. Wie zum Beispiel den EVD Mini oder EVD Ice. Auch dafür finden wir alle Informationen dort drin. Alle Software, die wir benötigen, also Firmware-Updates, die wir benötigen, würden sich da drin finden lassen. Und schon haben wir auch diesen Bereich EXV-Systeme abgeschlossen. Jetzt gucken wir aber zum Abschluss in den Bereich PicoWeb, PicoNet rein. Und dort sehen wir wieder verschiedene Reiter hier oben. Wir bleiben erstmal auf Home. Das Erste, was wir sehen, sind FAQs, die sich hier verstecken. Bei PicoWeb SE. Bei den anderen werdet ihr gleich sehen, allgemeine Informationen, Firmware-Releases und Plugins, falls benötigt. Auch das finden wir alles zu den verschiedenen Karten. Ihr seht, das sind alles Einsteckkarten für die Picos. Und so sehen die aus. Und diese Informationen finden wir überall nahezu die gleichen, nur halt passend zu dieser entsprechenden Webkarte. Gut. Und damit haben wir diesen Bereich ringsherum um Software und Support komplett abgedeckt. Haben uns mal überall alles angeschaut. Im Detail werden wir das eine oder andere dann auch wiedersehen. Wenn wir zum Beispiel ein Update machen für einen bestimmten Regler, den MPX Pro, wenn wir uns den anschauen, oder den EVD Evolution, wenn wir uns den anschauen, dann werden wir auch dort mal genau ins Detail reingucken und auch dort diese verschiedenen Kacheln mal wieder besuchen. Dann ist die Frage, was kommt in den nächsten Videos dran, weil wir schon wieder am Ende sind. Das nächste Video, da werden wir uns den Bereich Supervisory anschauen und mal schauen, was ist dort alles drin. Gerade wenn wir an die neuen Geräte wie BOSS zum Beispiel denken, ist es extrem spannend zu wissen, wo finde ich Informationen und was verbirgt sich da alles genau in diesem Bereich Supervisory da drin. Also, bleibt gespannt und wir sehen uns dann, wenn es um den Bereich Supervisory geht. Das nächste Video, da werden wir uns dann, wenn es um den Bereich Supervisory geht.